Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem leider nicht schönen Video. Es ist nämlich ein News-Update-Video und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Es geht darum, dass wir wahrscheinlich im März doch nicht die lang ersehnten Informationen bekommen, die Attack on Time Staffel 4 betreffen. Aber was ist eigentlich passiert, Leute? Das Ganze, was jetzt hier vorgefallen ist, hat mit der japanischen Regierung zu tun und auch mit dem Coronavirus. Ich denke mal, das Coronavirus sollte jedem von euch etwas sagen. Ist ja gerade auch eine knackige Panikmache hier und da und überall. Und in Japan sollte ja Ende März die sogenannte Anime Japan 2020 stattfinden, wo viele Fans auf große Ankündigungen gehofft haben, wo auch das Portfolio echt heftig war, wo zum Beispiel Bleach einiges an Präsentationen hatte, aber generell ganz viele Anime und natürlich auch nicht zuletzt Attack on Time. Auch Attack on Time sollte dort ein großes Spotlight bekommen. Die Synchronsprecher von Rainer, Mikasa, Armin und Eren sind hier auch mit am Start gewesen. Infos explizit komplett zu Staffel 4 sollten da gedroppt werden. Ich denke mal, wir hätten da sehr, sehr viel erfahren. Zum Beispiel, wer die Staffel jetzt wirklich macht, ob es Wit Studio macht oder irgendein anderes Studio. All das wäre offenbart worden. Und ja, scheiße, wir hätten wahrscheinlich sogar einen Teaser-Trailer dort bekommen. Aber Leute, das Ganze findet wie gesagt jetzt nicht statt. Und das eben aufgrund des Coronavirus. Denn die japanische Regierung hat am 26. Februar etwas verhangen, nämlich, dass große Veranstaltungen, große Events, wo viele Menschenmassen sich treffen, dass so etwas nicht stattfinden darf. Wie lange genau ist hier nicht festgesetzt worden? Japan versucht natürlich hier, das Coronavirus einzugrenzen, unter Kontrolle zu bekommen, weil ja auch die Olympischen Spiele 2020 in Japan sind. Und das ist natürlich alles andere als gut, wenn genau dann hier so eine Epidemie ausbricht, so ein Virus ausbricht, beziehungsweise ausgebrochen ist. Selbst bei uns in Deutschland sind ja schon einige Fälle bekannt geworden. Und die wollen jetzt halt verhindern, dass sich dieses Virus noch weiter und noch größer ausbricht. Und das kann man natürlich verhindern, indem man so große Events wie die Anime Japan 2020 untersagt. Ja, was bedeutet das aber konkret für uns Anime-Fans, noch konkreter uns Attack on Titan-Fans? Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt weiterhin in Ungewissheit bleiben. Und zwar ganz gewiss in Ungewissheit, was das Studio von Attack on Titan angeht, was auch einen potenziellen Trailer angeht. Wir wissen ja nicht genau, was da auf dem Panel gezeigt werden sollte, was knapp eine Stunde gegangen wäre, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, in dieser Stunde hätten sie sehr viel zu Attack on Titan Staffel 4 zeigen können, hätten vielleicht sogar auch etwas zum Manga noch gesagt. Vielleicht hätte Isayama noch eine Nachricht für die Fans gehabt. All das wäre möglich gewesen. Wir haben absolut keine Ahnung, was uns jetzt quasi hier durch die Finger gerutscht ist. Was man aber meiner Meinung nach ganz sicher sagen kann und wo ich natürlich Entwarnung gebe, ist, dass wir das Ganze jetzt irgendwie trotzdem erfahren müssen. Die müssen uns trotzdem die ganzen Infos, die Vorbereitungen, die sie für dieses Event getroffen haben und die werden safe schon durch gewesen sein. Denn es ist in knapp einem Monat, in weniger als einem Monat wäre das Ganze gewesen. Die werden die Planung, das Ganze, was sie da abhandeln wollen, das werden sie sehr wahrscheinlich schon fertig gehabt haben. Daher denke ich auch, dass sie das Ganze irgendwie im Laufe des nächsten, übernächsten Monats, vielleicht auch überübernächsten Monats an den Mann bringen, über Social Media, auf Plattformen, auf Internet sein, vielleicht auf Twitter, vielleicht auf anderen Social Media Kanälen, YouTube. Ich denke, dass dort das Ganze dann öffentlich gemacht wird. Gerade das, was Staffel 4 betrifft, ist natürlich eine ganze Menge, muss man ganz klar sagen. Denn da sind ja ganz viele Anime mit drin verstrickt. Wie ich habe ja vorhin schon Bleach gesagt, wo ja auch viele Fans ganz, ganz groß was hoffen. Aber auch Attack on Titan ist hier ganz vorne mit dabei. Und das ist natürlich leider eine Sache, die nicht ganz so toll ist, dass wir das hier nicht da auf dem Event schön präsentiert bekommen haben. Hätte das sehr, sehr gerne gesehen und sehr, sehr gerne für euch da auch ein Video zugemacht. Aber da wird es sehr, sehr sicher auch irgendwann die ganzen Infos so geben. Wann, können wir leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen, müssen wir mal abwarten. Aber ich denke, das wird dann in den nächsten Monaten kommen. Und vielleicht wird es ja auch bei irgendeinem anderen Event gezeigt. Hängt aber auch davon ab, wie lange dieser verkackte Coronavirus noch anhält. Und ich wünsche auf jeden Fall jedem von euch beste Gesundheit, Leute. Ich hoffe, niemand steckt sich mit dem Kackdingen an und bleibt gesund. Ich hoffe, ich bleibe auch gesund. Ich klopfe mal hier auf Holz, damit das auch so bleibt. Und ja, Leute, das war die Info. Ich wollte das nur an euch raushauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Teilt das Video hier gerne, damit auch alle Leute Bescheid wissen, die sich auf dieses Event gefreut haben. Liked es daher auch gerne, wenn ihr wollt. Und ja, ihr wisst Bescheid, Freunde. Soziale Medien in der Videobeschreibung abonnieren. Kostenlos, falls ihr nicht schon getan habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Und bis.